Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Terras of Symphonia Done of the New Art. Warte, was? Woa! Woa! Das ist eine gute Idee! Ich muss das nicht mehr auf die Wand gehen! Ich muss das nicht mehr auf die Wand gehen! Ich muss das nicht mehr auf die Wand gehen! Diese Eiswahl wird nicht mehr aufhören! Lass uns hier raus raus, während wir noch nicht können! Die Stadt angegriffen, oder? Aber jetzt stellt sich heraus, dass die Vanguard dahinter waren. Gehört jetzt Leute zu den Vanguard? Oder hat Dexingtus damit zu tun? Aber da geht's gar nicht raus. Wrong! Komm her. Ja, das heißt, wir müssen den ganzen Weg hier wieder hinausrennen. Woop-dee-doo. Bear. Bear. Zum Krieg ist der Weg nicht so lange. Shit. Fische. Oh, ein Fenrir. Das musste sein, da sind alle Monster auf einem Fleck. Das muss wehtun. Oh, okay, bleibst nur noch drüber. Oh, haha. Oh, yeah. Wir machen fortschritte im Level. Ich glaube, wir verloren haben, wir verloren. Ich glaube, wir verloren, Alice und Dex. Es sieht so aus. Und Richter, auch. Emil. Ich weiß, ob Richter hat nichts zu tun mit dem Kinnabbingen von der Shopkeeper. Wenn so, er sicherlich hat ein roundabouter Weg zu tun. Ich weiß, dass er etwas vor dem Kinnabbingen von dem Kinnabbingen von der Shopkeeper sehr gut ist. Erased? Er sagt etwas, er aus dem Kinnabbingen von derаше zu tunme ist, dass er nicht eine Wนะ zu tun hat. Er sie selber leirtend hat ihn an. Okay, wir hauen ab. Das ist auch die beste Idee. Oh ja, oh ja, das muss ich euch zeigen. Das ist ein Muss, das muss ich euch zeigen. Das ist noch nicht da, das Leute. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja, oh yeah, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh, okay, das war's. Es ist aber ein Muss, sich das am Rang gesehen zu haben. Oh, das ist der falsche Weg. Und wir haben es geschafft. Die ganze Sache hat sich ziemlich ein Problem gemacht. Hey, Regal, wie kam diese Leute auf jeden Fall sind? Ach, du hast... Da, 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 da! Er ist gut. Lloyd war das Motivation? Keine Chance, ich kann nicht glauben. Aber wenn Floyd er so verletzt durch den Wormszentur? Das ist nicht unheimlich. Ich denke, es ist möglich, aber noch immer... Ah! Gute Idee! Sehr gut, das Idee! Es ist Freude, denn wir werden bald in eine neue Stadt kommen. Und dort wird ein Kolosseum, eine Arena sein. Und das bedeutet sehr, sehr viele neue Episoden werden hier gedreht. Bonus Episoden, von denen ich euch versprechen kann, dass ich vier täglich upen werde. Weil Bonus ist ja eben Bonus und nicht wirklich Story-mäßig irgendetwas. Chief, wir haben alle Vanguard-Members, die in diesem Haus enthalten wurden. Chief? Wer ist Chief? Sheena ist einer der Miserhall. Sie sind ein secretes Grupp, das die Tether-Allen-Royal-Familie serve. Vielleicht hast du sie gehört? Ich habe. Sie sind Experten in Intelligenz-Gathering und Kampf. Das! Das ist wir! Experten? Sie blöden, oder? W-W-Was soll das sein sein? W-W-W-Wat soll das sein? W-Wir drüben. Ich glaube, die Familie ist unverfassungslos. Natürlich. Gut. Der echte Verkaufstabler ist in der Mitte. Ich bin glücklich, dass er sicher ist. Komm, gehen wir mit ihm reden. Genau. Okay. Okay, machen wir. Hey du. 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 Du.